Das ist die Oasis. Ein Ort, an dem die Grenze der Realität deine eigene Fantasie ist. Die Leute kommen in die Oasis, weil sie hier alles machen können. Und sie bleiben, weil sie hier alles sein können. Ich spreche zu euch allen, weil unsere Zukunft bedroht wird. Los, los, los! Willkommen bei der Rebellion. Wait. In der Oasis habe ich etwas gefunden, das viel größer ist als ich selbst. Ich habe Freunde gefunden. Hier habe ich Liebe gefunden. Fragt euch selbst. Seid ihr bereit zu kämpfen? Ich meine, wer wäre es und ein Okay. Ich bin ein Klein. Untertitelung des ZDF, 2020